Die Temperamentenlehre wurde von griechischen Gelehrten in der Antike entwickelt und von islamischen Ärzten im Mittelalter genutzt. Damit wurden einst Krankheiten, die nicht chirurgisch geheilt werden konnten, behandelt. Nach dieser Lehre wird der Körper von vier Säften beherrscht – schwarzer Galle, gelber Galle, Schleim und Blut. Aus der Mischung der Säfte ergeben sich Charaktere, deren Bezeichnungen wir heute noch kennen. Dominiert schwarze Galle ist der Mensch Melancholika, gelbe Galle beherrscht die Cholerika, zu viel Schleim den Phlegmatika, viel Blut bringt das positivste Temperament hervor, die Sanguinika. Eine gute Therapie sollte die einzelnen Säfte wieder ins Gleichgewicht bringen. –альнич sprach! Das war der Säge von Mischung, die sich immer densten, Montagebauung zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020